Ich bin Fabian Hutter, Nationalratskandidat für die Jung-CVP für die Wahlen 2015 auf der Liste NUS. Jetzt, wo der Wahlkampf so langsam in die Gänge kommt, wird man häufig angesprochen. Und gerade die Jungparteien haben das Problem, dass man immer wieder sagt, ihr habt doch eher die Wahlchancen. Wieso soll ich euch meine Stimme geben? Aber ich sage euch in diesem Video, dass das absolut verlorene Stimme ist, dass wenn ihr die Jung-CVP wählt, habt ihr eine gute Wahl getroffen. Zum Ersten, das Wichtigste, wir haben gute Leute auf dieser Liste. Auf der Liste für die Jung-CVP haben wir wirklich gute Leute ausgewählt, aus dem ganzen Kanton, aus allen Regionen hat man hier Personen gefunden. Man hat Berufsleute und Studierte, Leute, die in einer Ausbildung sind. Und es sind wirklich alles Leute, die ich ohne schlechtes Gewissen sofort auf Bern schicken würde, die uns gut vertreten würden. Zum Zweiten, wenn ihr die Jungen wählt, wählt ihr auch die Zukunft. Wenn ihr die Jungen wählt, wählt ihr Leute, die wiederkommen. Personen, die in anderen Wahlen, kantonalen, auf die Gemeindebene, wenn ihr euch die Stimme jetzt gebt. Und wenn ihr nicht auf Bern kommt, ist das trotzdem etwas, die kommen auf anderen Liste wieder, wenn ihr denen jetzt die Stimme gebt. Und zum Dritten, was ganz wichtig ist, dass wir eine Sache setzen. Vor allem auch die jungen Wähler. Also wir sagen, Junge wählen Junge. Mit den Jungen kann man etwas verändern. Mit uns kann man etwas reissen. Wir sind nicht einfach Listefüller. Wir sind Leute, die man auch wählt, die gute Ansichten haben und die in der Bevölkerung eine gewisse Zugkraft haben. Und das wäre wichtig, dass eben die jungen Generationen Facebook und YouTube, ihr, die das schaut, dass ihr auch die Jungen wählt, also Junge wählt, die ihr kennt, die ihr vertraut, dass wir eben eure Ansichten auch gehört würden und nicht ignoriert würden.